Hallo Leute, im heutigen Video wird es darum gehen, dass wir einen Arduino Nano oder beziehungsweise in dem Falle, weil ich momentan keine Nano da habe, ist aber alles identisch, einen Arduino Uno als zweite MCU einbinden und ich werde euch zeigen, wie man den SPI Anschluss nutzen kann, um dort den ADXL 345 anzuschließen. Das Ganze ist überhaupt nicht schwierig eigentlich, wenn man weiß, wie es geht. Ich musste allerdings auch ein bisschen tüfteln, weil es gab nicht wirklich viele Anlaufstellen, wo ich jetzt was gefunden habe, wie man das Ganze bei Clipper oder über Mainsail macht. Ich würde sagen, nach dem Intro starten wir dann mal in den Pi und schauen uns mal an, wie das Ganze geflasht wird, weil das Flashen ist ja existenziell wichtig, sonst funktioniert ja sowieso nichts. Und danach zeige ich euch die Anschlussbelegung und was ich an Pins da im Endeffekt angelegt habe. So, auf dem Pi angekommen würde ich sagen, starten wir direkt straight in Kia U, weil ich mache das meiste eigentlich über Kia U, weil es für euch am einfachsten ist, das Ganze nachzuvollziehen, was passiert. Das einzigste, was über Kia U nicht gut funktioniert, ist diese Raspberry Pi MCU als Linux-Dienst zu flashen. Das habe ich irgendwie noch nicht so richtig rausgekriegt, wie das geht. Das geht immer noch über Mac Flash am besten mit dem Standardbefehl. Aber gut, das interessiert uns ja jetzt nicht. Deswegen starten wir jetzt mal direkt in Advanced, also die 4 und starten von Advanced dann direkt in Build and Flash, also die 5. Und dann stellen wir hier mal den passenden Controller ein, das wäre Atmega AVR. Dann brauchen wir das MCU-Modell, hätte ich fast gesagt, also das Controller-Modell. Das ist in dem Falle der 328P. Auf dem UNO ist der 328P ja in Stecksockelform und auf dem Nano ist er halt in aufgelöteter, viereckiger Form. Und ja, chiptechnisch ist das kein Unterschied. Das ist halt nur die Bauform, die das Ganze halt so ein bisschen unterscheidet. Macht aber im Endeffekt nichts aus. Für uns ist das dasselbe. Sogar die Pinbelegung ist dieselbe. Jetzt könnte man hier zum Beispiel noch, wenn man die extra Low-Level-Optionen nimmt, gewisse Pins zum Startup in irgendwelche Positionen bringen. Das habe ich jetzt bei mir persönlich noch nicht gemacht. Aber die Möglichkeit besteht halt und 16 MHz ist sowieso Standard eingestellt. Das passt dann also auch. Das heißt, im Endeffekt stellen wir hier nur Atmega AVR ein und das Prozessor-Modell und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Hier gehen wir dann raus mit Quit und dadurch, dass ich jetzt reingezoomt habe, sieht man leider das Save Configuration nicht. Das ist jetzt hier unten. Da gehen wir jetzt einfach mit Yes raus und dann tut er die Firmware schon fertig machen. Da müssen wir jetzt ganz kurz abwarten, bis er damit durch ist. Das dauert normalerweise nicht so lange. Es ist jetzt ein Pi 3, deswegen dauert es ein klein bisschen länger wie bei dem 4er. Aber das ist trotzdem ja kein Problem. So, jetzt gleich müsste er uns eigentlich fragen, worüber wir flashen wollen. Also reguläre Flash-Methode oder Update via SD-Card. SD-Card fällt ja bei dem Anuino Nano und bei dem Uno definitiv flach. Deswegen reguläre Flash-Methode, also die 1. Und dann fragt er uns über USB oder UART. In dem Falle sind wir über USB verbunden. Jetzt sucht er erstmal die ganzen MCUs raus, die an dem Pi dranhängen. Und hier sehen wir auch schon Arduino CC. Er ist ja so ein Genuine Arduino Uno. Und deswegen flaschen wir den jetzt dann als zweite MCU in dem Falle. Ihr müsst dann gucken, welche MCU ihr braucht. Und dann fragt er uns noch nach, ob er das wirklich soll, dass das geflasht werden soll. Und das bestätigen wir natürlich mit Ja, weil wir es ja flaschen wollen. Und dann fängt er auch schon an und flasht den. Jetzt tut er das Ganze noch verifizieren, um zu gucken, ob alles okay ist. Sieht gut aus, ist durchgelaufen. Ja, dann wären wir eigentlich an dieser Stelle schon fertig. Wir können den jetzt noch eintragen als neue MCU. Das kann ich mit euch an diesem Drucker sogar machen, weil, ja, ist nichts angeschlossen ansonsten. Dann würde ich sagen, suchen wir uns jetzt mit der 6 nochmal die MCU einzeln raus über USB. Und dann haben wir definitiv auch die richtige. Das wäre dann die zweite. Die tun wir uns schon mal in den Arbeitsspeicher kopieren, damit wir sie gleich haben. Und dann können wir hier eigentlich auch schon rausgehen. So, jetzt sind wir auf dem Pi angekommen von dem Eigenbau. Ja, A8 ist es ja eigentlich auch nicht mehr. Es sind nur noch ein paar Teile vom A8. Ich sage jetzt einfach mal Eigenbau. Gut, auf dem Eigenbau sieht es dann so aus, dass wir in die Printer-Config rein müssen. Hier ist jetzt noch nichts hinterlegt in dieser Richtung, weil ich auf diesem Drucker das Ganze auch noch nicht gemacht habe. Das bedeutet, wir legen die ganzen Sachen dann an. Und das machen wir jetzt erst einmal so, dass ich aus der anderen Config mir die Sachen raushole. Das erläutere ich auch jetzt gleich nochmal ein bisschen, was da im Endeffekt noch gemacht werden muss. Weil so schwer ist das nicht und viel ist es auch nicht. Das ist halt wirklich nur eine ganz kleine Geschichte, damit das Ganze funktioniert. Jetzt habe ich aus der anderen Config, das kopiere ich euch auch in das GitHub-Repository im Endeffekt noch mit rein, habe ich das jetzt rausgeholt. Und hier kopieren wir jetzt dann die zweite MCU noch rein, also die Arduino CC. So, dann haben wir das hier. Das kopieren wir anstatt dessen hier rein. Dann ist das auch schon mal erledigt. Somit ist dann quasi die zweite MCU schon angelegt. Manche MCUs brauchen diese Restart-Method-Command, manche MCUs brauchen es nicht. Das muss man ja mal so ein bisschen gucken, wenn die MCU so partout nicht wiederkommen will, dann muss man das mal probieren mit der Restart-Method. Weil, ähm, es ist nicht immer, also ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, woran man das jetzt festmachen kann oder nicht. Ich habe da jetzt auch schon einiges nachgelesen. Aber, falls das jemand weiß, kann er es gerne mal in die Kommentare schreiben. So, das Ganze sieht jetzt so aus, dass wir eine zweite MCU angelegt haben. Die heißt bei mir IO, aus dem ganz einfachen Grunde, weil ich darüber auch den Drucker ein- und ausschalte, zumindestens den anderen Drucker, ähm, den ehemaligen Tronxi, weil, äh, ich ja an die Pi-Pins nicht mehr rankomme, weil ich der die Kiste zugemacht habe. Und ich möchte nicht jedes Mal, wenn ich da was an- und abklemme, die Kiste aufmachen müssen. Da habe ich nicht so richtig Lust drauf gehabt. Deswegen habe ich das jetzt auch hier rüberlaufen lassen. Das kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Äh, der wichtige Part ist jetzt im Endeffekt der, dass ja der ADXL345 normalerweise einen Cable Select Pin hat, ähm, boah, ich glaube, der heißt RPI, also für die Raspberry Pi, ähm, MCU, und dann steht dahinter non. In dem Fall hier sieht es so aus, dass wir dann halt auf die MCU IO zugreifen müssen und den Cable Select Pin, der auf der MCU vergeben ist, nämlich PB2, verwenden müssen. Über diesen Befehl weiß allerdings auch, ähm, Clipper schon direkt, dass, äh, der eine einzige SPI-Anschluss an dem Arduino Nano Uno oder alles, was in dieser Form halt ist und geflasht werden kann, aktiviert werden soll für den Resonanz-Tester. Jetzt könnte man da direkt auch den, äh, Sensor anschließen. Mit der Pin-Belegung, die, äh, zeige ich euch gleich auch noch. Beziehungsweise die können wir auch jetzt besprechen. Äh, ist zwar so ein bisschen vorgegriffen, aber egal. So, die Pin-Belegung sieht dann nämlich wie folgt aus. Äh, wir gehen von dem Arduino Nano oder Uno, ist beides dasselbe, gehen wir auf den ADX-L345, das heißt, wir brauchen den Pin PB2, das ist SS, also Cable Select in dem Falle, der heißt hier SS. Gehen wir an Cable Select natürlich am Sensor. Dann gehen wir direkt mit dem Pin 11, also ich rede jetzt von den Arduino Pins, wie sie auf dem, auf dem Controller auch draufstehen. Von Pin 11 gehen wir an SCA. Und von Pin 12 gehen wir an SD0. Und Pin 13 kommt an SCL. Wichtig für euch an der Stelle ist auch noch, dieser Sensor, wie er hier gezeigt ist, wie ich ihn auch selber verwende und wo das Foto auch herstammt, der ist für 3,3 und 5 Volt geeignet. Ähm, der Originale von Adafruit hat, glaube ich, 3,3 Volt hier noch extra ausgewiesen und einen VIN, wo man auch 5 Volt anschließen kann. Das müsst ihr aber definitiv prüfen. Deswegen habe ich es auch unter das Bild nochmal drunter geschrieben, weil wenn ihr auf einen reinen 3,3 Volt Sensor 5 Volt draufgebt, dann ist der Sensor definitiv ziemlich instant tot. Also da wird sich nicht lange irgendwas regen. Und je nachdem, wenn ihr Pech habt, grillt ihr euch damit dann auch den Controller weg, weil er eventuell zum Beispiel beim Raspberry Pi auch nur 3,3 Volt verträgt. Der Admega ist jetzt nicht so das Problem. Ich glaube, der kann 5 Volt an den Pins ab. Das sollte jetzt nicht unbedingt irgendwas zerstören. Ja, dann wäre damit diese Pinbelegung auch schon fertig. Was ich jetzt noch mache, ich habe halt noch einen Pin angelegt, den zeige ich euch auch gleich. Ich nehme mir, glaube ich, über den Pin D3 oder D4, ich weiß es nicht ganz genau, nehme ich mir jetzt noch einen Schaltpin raus und schalte damit halt den Drucker oder beziehungsweise diesen Leistungsschutz, den ich vor ganz langer Zeit mal für Octoprint gebaut habe, tue ich darüber halt an- und ausschalten, damit ich das nicht über den Pi machen muss. Das ist jetzt noch mein persönliches Extra, was ich jetzt noch hier rüber mache. Ihr habt natürlich auch im Endeffekt bis auf diese 4 Pins, wenn ihr den Sensor damit nutzen wollt, alle anderen Pins zur freien Auswahl, um Sachen halt wie hier bei den ADC-Sachen zu messen. Ihr könntet da theoretisch auch Temperaturmesssysteme noch bauen oder sonstige Sachen. Wenn ihr das natürlich passend anlegt, da gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein oder halt andere Sachen auch drüber schalten, LED-Leisten oder sonst irgendwas. Das ist auch kein Problem mit dem Arduino Nano. Oder theoretisch sogar einen Motor ansteuern, weil UART ist ja hier drauf auch vorhanden. Muss ich gerade gucken, hier oben TX und RX, also darüber könntet ihr theoretisch dann sogar einen TMC-Treiber mit UART programmieren, ohne Probleme. Ja, das ist dann schon mal so zu dem Controller. Dann gehen wir jetzt mal wieder zurück auf den Controller hier. Wenn wir jetzt hier auf Speichern drücken und Neustart, dann wird es wahrscheinlich so kommen, wenn wir nichts falsch gemacht haben, dass jetzt hier gleich 3 MCUs aufploppen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob der aus ist. Nein, es sind jetzt 3 MCUs da, genau. Und hier ist auch der ATMEGA 328P MCU I.O. Das heißt also, der ist jetzt da, könnte auch voll verwendet werden, ohne dass man jetzt sich irgendwelche Gedanken machen muss, dass es hier Probleme gibt. Wichtig ist, ihr müsst ein gutes USB-Kabel nehmen. Bei einem billigen USB-Kabel ist es mir ein paar Mal passiert, dass die MCU einfach abgeschmiert ist und der Drucker dann somit in Not ausgegangen ist. Das konnten wir auch reproduzieren bei Martin, seinem Drucker. Der hatte nämlich auch ein langes USB-Kabel dran. Das muss scheinbar auch nicht so toll gewesen sein. Da ist der Drucker auch direkt in Shutdown gegangen. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn das im Druck passiert. Das ist natürlich was, was man eigentlich vermeiden möchte, sag ich mal. Ja, und an der Stelle können wir jetzt dann auch direkt übergehen zu dem anderen Pin, den ich hier bei dem ehemaligen Tronxy drin stehen habe. Jetzt muss ich gerade aber mal gucken. Ich habe jetzt hier als Output-Pin den On-Off-Pin und darüber hole ich mir halt jetzt im Endeffekt dann das große Schaltrelais, den Schaltschütz, um den halt einzuschalten, bevor der Drucker startet. Das Ganze funktioniert dann auch, weil es als Makro angelegt ist, ganz normal mit dem Printer-Power-Makro, was in Moonraker und hier in Clipper hinterlegt wird, für Printer-Power-Off auch. Also das heißt, der Drucker geht dann auch automatisch nach den 10 Minuten aus. Und das funktioniert alles tadellos. Falls dort Fragen sind, ich musste den Startcode in Cura noch ein bisschen anpassen und sowas, bitte das in die Kommentare schreiben, weil, das möchte ich jetzt hier nicht zeigen, weil es ist ja ein Video, was um den Nano geht und nicht um Cura-Startcodes. Das werde ich dann halt auch noch erläutern dazu. Und falls viele Leute danach fragen sollten, wie das jetzt über dieses An- und Ausschalten des Druckers mit dem Nano geht, werde ich den Startcode auch als Cura-Video nochmal veröffentlichen. Aber das mache ich halt jetzt nicht, wenn einer nachfragt, dem antworte ich dann privat. Ja, dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon, weil das ging jetzt recht flott. Wie gesagt, hier flashen, MCU raussuchen und dann das Ganze halt einfügen, in die Config reinmachen, den Serial-Port raussuchen, wo er am USB dran erhängt und nicht vergessen, diesen ADXL umzuschreiben auf den anderen Pin. Den Resonanz-Tester, das ist ja sowieso eine Standardgeschichte, die kommt ja mit dem Resonanz-Tester-Repository. Hier natürlich die Maße eintragen und dann seid ihr auch im Endeffekt, wenn ihr diese zweite MCU nehmt, genauso fertig, wie wenn ihr den Raspberry Pi nehmen würdet, weil das Interesse war ja auch da, dass Leute über Netbooks oder Mini-PCs oder sonst irgendwas das machen wollen. Und für die ist die einzigste Möglichkeit, den Resonanz-Tester und Schalt-Pins zu bekommen, eben diese Arduino Uno oder Arduino Nano. Und daher finde ich das halt ziemlich interessant, das euch zu zeigen, weil ich denke, da wird schon der ein oder andere gut was mit anfangen können. Ja, dann würde ich sagen, war es das für dieses Video. Bis zum nächsten Video, habt eine schöne Woche und Abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, damit ihr nichts verpasst und Bis zum nächsten Video.